Moin Leute! Oberkommissar Palut meldet sich zu einem weiteren Arbeitstag bei der Deutschen Autobahnpolizei. Leute, in der letzten Folge haben wir es tatsächlich geschafft. Wir haben uns diesen Polizei-SUV gegönnt und haben richtig neue Ränge gegrindet. Damit wir am heutigen Tag nämlich eine neue Mission spielen können. Und zwar eine Story-Mission mit dem Namen Unterbeobachtung. Das ist nämlich unsere nächste Aufgabe, damit wir den nächsten Rang uns gönnen können. Bäcker, ich bin bereit für eine neue Mission! So heißt mein Chef, oder? Doch, ich glaube Roland Becker. Gefahr durch Tiere, Rutschpartie, das haben wir alles schon reingelegt auch. Und jetzt, unter Beobachtung, mehrere Fahrzeuge werden in einen größeren Unfall verwickelt. Als wäre das nicht schon schlimm genug, machen dir und den anderen Rennungskräften auch noch Gaffer das... Oh, das hasse ich ja. Gaffer bei einem Unfall. Wie sieht es mittlerweile aus? Habt ihr schon mehr zu den Rasern rausgefunden? Bisher nicht. Ich hab nochmal die Akte zu deinem Unfall damals rausgesucht und geschaut, ob wir irgendwas übersehen haben. Ja, Akte. Und was sagt die Akte? Dein damaliger Partner und du habt eigentlich gerade eine Fahrzeugkontrolle durchgeführt. Dann habt ihr mehrere Autos gesehen, die unvorsichtig über die Autobahn gebrettert sind. Also seid ihr hinterher. Dabei habt ihr einen der Wagen gerammt. Aber dadurch, dass der Raser viel schneller war als ihr, hat es euch bei dem Manöver... Wir rammen einfach die Raser. Wie kann ich das nur vergessen haben? So sind wir Menschen eben. Nun ja, dein Partner, Holger, hat danach den Dienst quittiert. Er saß am Steuer. Schade, dass er nicht mehr dabei ist. Aber dann muss ich diese Raser erst recht unbedingt stellen. Für mich und für ihn. Oh ja, das stimmt. Ich steige in ein Dienstfahrzeug. Ja, mach ich, mach ich. Kein Problem. Moin, ab in unseren SUV. An alle Einheiten. Es gab einen schweren Unfall auf der A16. Nahe Kreuzleithausen. Drei Pkw sind verkeilt. Die Rettungskräfte sind bereits verständigt. Wer übernimmt? Ja, ich mach. Okay, wir sind wieder unfassbar langsam. So, aber kein Problem. Ich mach jetzt hier einmal. Blaulicht ist an. Guck mal, der Wagen ist auch brandneu. Der hat gerade mal neun Kilometer runter. Muss man die nicht erst mal einfahren? Dass man auch nicht so und so schnell und nicht mehr als 3000 Umdrehungen... Oh, scheiße! Ich frage mich, ob man die Autos so krass tunen kann, weil man kann die tunen im Spiel, dass sie 300 kmh fahren. Weil es gibt ja auch noch ein Spezialauto. Ja, ich fahre 190. Ist das problematisch? Nee, oder? 60 sind erlaubt. Also das ist ja, das darf ich als Polizist. Die Rettungskräfte sind eingetroffen. Sie melden, dass eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt ist. Ja, ich werde die retten. Verstanden. Keine Sorge. So, wo sind jetzt diese dreckigen Gaffer? Ah, das ist doch scheiße. Junge, du behinderst die Rettungsarbeiten. Hören Sie Platz. Wir müssen hier arbeiten. Ja, ja, das finde ich... Wow, wie im Fernsehen. Hören Sie bitte auf uns zu Phil. Hey, ich darf das ja wohl. Den Rettungsdienst behindern und Videos machen. Das sind mir ja die Liebsten. Das ist echt so... So dumm einfach nur. Also ich war... Was wollen Sie von mir? Sag mal, was denn hier... Sie verlassen sofort diese Einsatzstelle. Ansonsten fahren Sie auf direktem Weg mit uns zur Wache. Ich bin ja schon weg. Ja, das ist echt... Also, ich meine, ich war das eine Mal ja auch... Oh, ihr könnt euch noch daran erinnern. Das war in Köln. Ähm, da ist die Seilbahn. Er hatte einen Defekt. Und da war ich auch zu dem Zeitpunkt da. Aber wie die Leute darauf kommen, irgendwie die Rettungsarbeiten zu behindern, check ich nicht. So, ähm, vertreibe die Schauluste. So, jetzt mach der Mama, dass du wegkommst, Alter. Boah, bin ich froh, dass ich nicht in einem der Autos saß. Sag mal, streng. Sie haben hier nichts verloren. Geh, komm, geh. Gehen Sie bitte. Aber ich muss doch sehen, was passiert ist. Nee, musst du nicht. Das werden wir ermitteln. Und unser Pressesprecher wird später eine Nachricht dazu herausgeben. Bis dahin lassen Sie uns bitte unsere Arbeit machen. Können Sie mir wenigstens sagen, wie es den Leuten geht? Das macht mir echt Sorgen. Danach würde ich auch gehen. Nee. Sofern Sie kein Angehöriger sind, darf ich Ihnen keine Informationen geben. Also, ich kann ja, ich kann ja verstehen, dass das die Leute fasziniert. Das sieht nur so übel aus. Sag mal. Sie würden auch nicht wollen, dass man Sie angafft, wenn Sie in dieser Lage wären. Ja. Deshalb gehen Sie jetzt bitte. Da haben Sie recht. Ich sollte besser gehen. Ja. Natürlich. Aber sowas geht doch zum... Oder ist das eine... Nee, das ist, ich glaube ich... Das ist eine... Da kriege ich doch sicher noch bessere Aufnahmen von... Alter. Oh, kann ich helfen? Das ist... Wie kann man so dreist sein? Sie würden tatsächlich helfen, indem Sie jetzt den Einsatzort verlassen. Hiervon Aufnahmen zu machen, ist übrigens verboten. Das kann mit einem saftigen Bußgeld geahndet werden. Nein, nein. Muss ja nicht sein. Wirklich nicht. Ich gehe ja schon. Alter, das ist wirklich schon dreist. Stellt euch vor, guck mal, die muss da hinten aus ihrem Auto ausgestiegen sein und ist dann hier nach vorne gelaufen, nur um zu gaffen. Da habe ich einfach kein Verständnis für. Zack, Unfallfoto. Sagte er, während er Unfallfotos macht. Ja, ich bin auch Polizist. So, guck mal hier, ich muss das alles sichern. Kann ja nicht jeder hierher kommen. Zack. Boah, den hat es aber auch gut erwischt. Ah, der vorne ist ja auch noch eingeklemmt. Hallo. Ist mit Ihnen alles in Ordnung? Bitte? Mir tut alles weh. Wie heißen Sie? Bewegen Sie sich am besten nicht. Ich... Ich heiße Sebastian. Revi? Was ist passiert? Warte. Daniela? Wo ist sie? Oh Gott, was? Geht's ihr gut? Oh Gott, mir tut es so leid. Bleiben Sie ruhig, Sebastian. Ihrer Freundin geht es gut. Ihnen wird man auch sofort helfen. Feuerwehr und Sanitäter sind bereits da. Nicht mehr lange und sie kommen endlich aus ihrem Wagen raus. Okay. Gut, okay. Aber er ist nicht vernehmungsfähig. So, wo ist denn seine Freundin? Ist das... Ist das die andere? Moin. Frau Metzger, kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Ich... Ich denke schon. Ähm, auch fordern. Ich weiß, das ist nicht leicht, aber können Sie uns Informationen dazu geben, wie es zum Unfall kam? Plötzlich sind wir irgendwo dagegen gefahren und kurz darauf hat es auch noch hinter uns gekracht. Es war einfach nur chaotisch. Bitte versuchen Sie trotzdem kurz zu erklären, was... Nein, ich kann nicht. Ich muss jetzt zu meinem Freund. Ja, aber der ist doch eingeklemmt. Das hat ja nicht ganz so viel ergeben. Aber besser als nichts. Warum werde ich denn jetzt von meinem Kollegen gefrontet? Warte mal, hier ist jetzt auch noch der, mit dem kann ich quatschen. Wie sieht's aus? Die meisten am Unfall beteiligten Personen sind schon versorgt. Waren glücklicherweise nur kleinere Verletzungen. Ein Fahrer steckt allerdings in seinem Wagen fest. Die Kollegen von der Feuerwehr kümmern sich sofort darum. Vielen Dank für das Update. Dann machen wir uns besser wieder an die Arbeit. Guck mal, sie, sie kann hier aber auch nicht die Bläge vor mir lassen. So, jetzt erst mal hier mit ihm hier. Guten Tag, Herr Schwab. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Alles in Ordnung wäre übertrieben, aber es wird schon gehen. Dann stelle ich Ihnen kurz ein paar Fragen. Tun Sie das. So schnell kommen wir ja sowieso nicht weg. Erzählen Sie mir bitte, was aus Ihrer Sicht passiert ist. Wie hat sich der Unfall ereignet? Das war total merkwürdig. Ein Auto ist näher mit dich da aufgefahren. Ich dachte, der will überholen. Aber das Auto kam einfach nur näher. War die linke Spur denn stark befahren? Konnte der Wagen hinter Ihnen nicht ausscheren? Eben nicht. Das ist ja das Komische. Aha. Links war alles frei. Aber anstatt auf die andere Spur zu bremsen, fuhr der einfach auf. Klingt so, als wäre der Fahrer unaufmerksam gewesen. Wir können auch nicht mit ihm reden. Aber vielleicht finden wir so noch etwas heraus. Danke für die Auskunft, Herr Schwab. Fina, Fina, ja, sehr, sehr korrekt. Können wir mit ihr, ja, mit ihr können wir nicht nochmal quatschen. Dann, da haben die Feuerwehr. Privat. Gerade gibt es Wichtigeres. Ach, krass! Wie sich um Verletzte zu kümmern, zum Beispiel. Ja, toll. Ist dir alles okay? Ja und nein. Den meisten Leuten geht es gut. Ja, ja, das machen wir. Ist er schwer verletzt? Kann ihm noch etwas passieren? Wir haben sichergestellt, dass das Auto sich weder bewegt, noch Feuer fängt. Ah, gut, gut. Aber zu dem Fahrer selbst können wir erst etwas sagen, wenn er frei ist. Ja, dann schneid ihn mal frei. Danke für die Infos. Wir machen uns dann auch wieder an die Arbeit. Können wir nochmal mit dir? Nee, du hast jetzt auch... Okay, keiner hat mehr Bock zu quatschen. Sprich mit allen Beteiligten. Mit wem haben wir denn noch nicht geredet? Ah, wer versteckt sich denn hier hinten? Hallo, Frau Bum. Wie geht es Ihnen? Alles okay. Ich glaube, ich bin nicht verletzt. Das ist gut. Ihr Wagen ist der hintere? Kann ich Sie kurz zum Unfall befragen? In Ordnung. Was können Sie mir darüber sagen, wie der Unfall zustande war? Es hat gekracht. Dann wurde das Fahrzeug vor mir plötzlich langsamer und ich konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Da bin ich hinten drauf geknallt. Haben Sie denn beim Fahren den Mindestabstand eingehalten? Das weiß ich gerade nicht. Auf so etwas müssen Sie achten. Ansonsten trifft Sie womöglich eine Teilschuld. Ja, natürlich. Vielleicht war ich wirklich zu nah. Oh, Geständnis. Wenn Sie schon so dicht dran waren, konnten Sie dann vielleicht etwas in dem Fahrzeug vor Ihnen erkennen? Jetzt muss ich es sagen. Es sah so aus, als hätten die zwei im Auto gestritten. Hilft Ihnen das? Definitiv. Danke für Ihre Aussage. Ja, ja, dann würde ich aber gerne nochmal mit ihr quatschen. Oh, das sieht nicht gut aus. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Kein Problem. Gehört schließlich zu unserem Job. Ja, warte mal. Jetzt würde ich nochmal ganz gerne mit. Wenn es nach mir ginge, hätte ich allen direkt ein Bußgeld aufgedrückt. So kann man doch nicht arbeiten. Oh, geiler, ist krass. Hätten Sie auch verdient. Was aber wichtiger ist, ist, dass die Leute daraus lernen. Ich denke, das haben unsere Schaulustigen dann auch verstanden. Na, hoffentlich. Ja, die waren aber auch kackendreist. Kann ich jetzt nochmal mit ihr... Achso, verlasse das Einsatzgebiet. Ne, ich kann nicht mehr mit ihr quatschen. So, ja, wir steigen dann wieder in unser Auto und sind wir erst mal weg. Vorsicht. Ich mache auch nochmal kurz ein paar Bilder und zack, weg hier. Jawohl, das lief doch sehr gut. Ah ja, jetzt haben wir nur noch fotografiere zwei Wahrzeichen. Ja, Wahrzeichen sind, glaube ich, auch einfach. Einmal hier, bremsen. Ja, manchmal muss man auch die Leitplanken benutzen. Oh, okay, das war knapp. Um ein bisschen schneller zu bremsen. Vorsichtig. Was ist denn hier das Wahrzeichen? Ne, du musst doch jetzt hier nicht stehen bleiben. Ich will doch jetzt hier was fotografieren. Okay. Sehr gut. Ich hoffe, ich habe es durch das... Ja, sehr gut. Ja, was soll denn das jetzt? Du kannst doch vorbeifahren. Habe ich einen Punkt bekommen? Ja, wunderbar. So, rein hier. Direkt zum nächsten Wahrzeichen. Oh, oh ja. Hier, hier gibt es was. Den Z-Dome. Warte, wieder die Taktik zum Bremsen. Ja, und parken. Sehr gut. Vorsicht. Ja, allgemeine Verkehrskontrolle. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, der Polizist muss kurz was fotografieren. Warte, wo ist der Z-Dome? Junge, was ist... Ey, ihr wollt mich doch verarschen. Neuer Rang. Ja, neuer Rang 16. So wird das gemacht. Straßenblockaden, egal in welcher Schicht. Straßenblockaden? Sammle zwei Quietsche-Enten. Ihr wollt mich doch verarschen. Jetzt zwei Quietsche-Enten sammeln. Ich gehe jetzt erst mal zurück zur Wache. Oh, da sind doch wieder neue Missionen, oder nicht? Guck mal, ich habe da ganz viele Ausrufezeichen. Oh ja, hier sind neue Sachen. Ah, diese Straßenblockaden. Oh, das feiere ich. Aber nur gut, Leute. Eine Straßenblockade gibt es beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Hier ist jetzt auch der Team Paluten-Kanal. Weitere Videos schaut gerne auf paluten.shop oder kotbruder.de. Und ja, danke fürs Zusehen, Leute. Habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.